Die Washington Post erhebt neue Vorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA. Er soll in großem Stil auf Adressbücher von E-Mail-Konten und Messaging-Diensten zugreifen. Die Zeitung beruft sich auf Informationen des früheren NSA-Mitarbeiters Snowden und hohe Geheimdienstbeschäftigte. Ein Regierungssprecher erklärte, der Inlandsgeheimdienst gehe Hinweisen auf Terroristen, Menschenhändler und Drogenschmuggler nach. An persönlichen Daten von Bürgern sei man nicht interessiert.